hier leute und herzlich willkommen zu let's play ctev online heute mal wieder mal mit normalen stand rennen und der motorrad heißt wer startet er mit dem sport rennen oder mit dem sportwagen original ist auch noch mehr geht es auch nicht so gut was heißt dein geist noch eine einzige aufnahme machen was das für heute habe gerade noch die tageschule komplett abgemacht ja eigentlich guck und ich lefte noch einmal komplett raus raman man sieht das wie schnell der raus wird ja ist klar ja ist klar ich war noch einmal ah so wie wie man hier sieht weil wir bekommen oh der typ hat mich runter gerammt ich weiß ja ich weiß wie sich das anfühlt weil der typ hat mich runter gerammt ich weiß wie ja ich weiß nicht ob das wirklich so stimmt wenn ja dann muss ich mir dann nur noch ne Und dann noch einen Besorger. Und der Berger, der kostet nichts. Aber machen wir das auch zu tun. Wenn er in sie kommt, wäre es doch schön dran wieder. Der Windertyp denkt, dass er mit seiner Energie schneller ist. Der Mühl sieht auch immer weiter aus. Der Windertyp ist nicht so gut. Der Windertyp ist nicht so gut. Der probiert mich! Tränen! LOL Was ist denn jetzt durch Sportwagen? Was ist denn jetzt durch Sportwagen? Ja, da müssen wir erst da, mit einem halbwegs guten Durf dauch Ja, wenn man Kurama, kein Kurama, gibt man es halt im Thermazon verkackt, glaub ich Was ist? Weil der Barger nicht so schnell beschleunigen kann Wieso macht der Charakter auf einmal gar nichts? Hä? Darf ich so wen Minuten? Wow! Nice! Aha, ich muss jetzt was nochmal ausprobieren Weil ich hab grad erstmal wieder hinten mal die Grafikkarte geabtitelt Das sind also nicht das Bio, sondern die Grafikkartentreiber Aber ich will ne Motorradrenner nun haben Ja, Motorradrenner hat gefahren Ja, cool, endlich mal heiß Dann sehen wir jetzt auch nochmal die beiden ab Dann war's das Ja, auch So Ich muss immer lange mal gedrückt halten, Moment Ja Dann kann der PC gar nicht mehr Ruhe benden da Ja, verlassen Weil sie schon lange gedauert hat So wie? Endlich Dann schieben wir einfach nur den einen ab So wie? Dann schieben wir einfach nur den einen ab Dann schieben wir einfach nur den einen ab Dann schieben wir einfach nur den Dann schieben wir einfach nur den Schleimungsmittel Heißt? Dann nehmen wir mal ein Unversuchmittel Ein super schnelles Motorrad Da wo es leicht ist, dass das schnell sein muss Da wo ich weiß, dass das schnell sein muss Wie früher waren die Bartys, also die Barty 801 und die 801RR, waren sehr schnell gewesen. Nun? Nicht mehr. Nein, glaube ich. Wir machen keine Wette, weil dann das Risiko ist, dass wir nicht gewinnen. Wie heißt ein Tisch, wer weiß denn mal das Motorrad? Hüpfen tut das Motorrad gut. Bisschen. Dann müssen wir mal vorbereiten. Ja, hier. Komm. Nein. Wir wollen auch noch einen Guide drücken. Wir kommen immer mit dem Hinterrad auf, trotz vieler Felgo. LOL, man sieht es, ich kann endlich weit den Trick machen, ohne... ohne, ohne, ohne das ich mich hinnehme, okay... Ich bin mir da auch noch geschafft. Ich bin mal ein wenig, ich bin gut wie auch noch. Ich bin auf den Punkt 9. Wenn man sieht, der Silly Time stand. Ich weiß, was solche Sachen mit RP bekommen, aber leider den Punkt vergessen. Ich weiß nicht, was wir irgendwann immer wieder machen. Ja, da wird er halt sowas sehen. Nein, in den Rohr haben wir es noch geschafft, den Gleiten halt. Echt ein Bildwunder schon. Ich weiß nicht, was das ist. 75kp haben wir gemacht. Ich hab' den Tisch geschafft. Wenn ich mich nicht mehr aufs Maul legge... Davor weiß man's ja noch, wie ich mich aufs Maul gelegt hab. Ich hab' den Knall fallen. Soll ich damit, damit ich das Wasser so dann... So.